...aufgetragen und so entsteht eine naturgetreue Maske. In den Augenblicken hilfloser Finsternis aber legt sich die alte Dämonenfurcht wie ein Albtruck auf das naive Gemüt des Eingeborenen. Bald ist die Masse erstarrt. Es ist ein wissender Augenblick für alle Beteiligten, als endlich die Maske abgenommen wird. So entstand Stück um Stück unserer rassenkundlichen Sammlung von den Menschentypen Hochasien. Musik Musik